Und was hältst du von diesen seltsamen Bällen? Antike Tempel, pulsierende Märkte und eine reiche Küche, das ist Kyoto. Kommt mit uns und lasst euch von Kyotos Schönheit verzaubern. Guten Morgen aus Kyoto. Es ist jetzt erst kurz vor 6 am Morgen, wir sind noch sehr müde, aber wir sind so früh unterwegs, weil wir ein bisschen den Touristenmassen entfliehen wollen. Wir haben zwar erst Mitte Ende Februar, aber trotzdem ist hier schon einiges los und an den Touristenorten tummelt sich's und deshalb haben wir gedacht, fahren wir heute mal ganz früh schon los, gehen jetzt hier im Ministop noch was einkaufen, unser Frühstück und schauen wir und hoffen wir, dass wir vielleicht die ersten Massen übergehen können. Überall in Japan gibt es Mini Märkte von verschiedenen Ketten, in welchen man günstig Snacks, Getränke oder was man sonst noch so braucht oder auch nicht braucht, bekommt. Unser Frühstück ist sehr interessant ausgefallen. Wir haben hier zwei warme Kaffees, die werden irgendwie beheizt und dann gibt's Sushi. Warum nicht? Unser erstes Ziel ist der Fushimi Inari Taisha. Er ist einer der bekanntesten Shinto Schreine in Japan und liegt in Fushimiku, einem Stadtbezirk von Kyoto. Wir sind jetzt am Fushimi Inari Schrein und ja, der ist der Grund, warum wir heute so früh aufgestanden sind. Wir haben gehofft, ihn ein bisschen Menschenlehrer zu bekommen und ja, es ist zwar schon einiges los, mehr als wir erwartet hätten, aber wir sind gerade niemand hinter uns. Wir haben gerade die Sicht ganz für uns und das ist schon sehr schön für uns. Der Schrein ist berühmt für seine beeindruckende Tori-Allee, die sich über tausende von Tori-Toren erstreckt und sich den ganzen Weg auf den Gipfel des Berges Inari windet. Auch wir entscheiden uns, den ganzen Weg durch die Allee hinauf zu gehen, die sich über einen schönen Wald erstreckt und zu verschiedenen Schreinen und Aussichtpunkten führt. Der Weg kann je nach Geschwindigkeit und Interesse mehrere Stunden in Anspruch nehmen, aber die atemberaubende Aussicht und die spirituelle Atmosphäre machen den Aufstieg absolut lohnenswert. Der Schrein selbst besteht aus mehreren Gebäuden, darunter Hauptgebäude, Schreine und Altäre, die sich über das Gelände verteilen. Die vielen Statuen von Füchsen, die als Boten des Gottes Inari gelten, sind ein markantes Merkmal des Schreins. Der Schrein ist dem Shinto-Gott Inari gewidmet, der als Schutzpatron der Landwirtschaft, des Reichtums und des Handels verehrt wird. Aufgrund seiner Verbindung zur Ernte und zum Handel wird der Fushimi Inari-Taisha von vielen Geschäftsleuten und Handwerkern besucht, die um Segen und Erfolg bitten. Als wir zwei Stunden später wieder unten am Eingang ankommen, strömen uns die Besuchermassen entgegen und das bedeutet für uns, dass es Zeit wird zu gehen. Nach unserer Sonnenaufgangs-Session heute Morgen haben wir uns nochmal für ein paar Chemien gelegt und Nickerchen gehalten. Jetzt geht es nochmal los. Wir laufen hier durch Downtown und möchten jetzt auf den Market im Lokal und uns durch die Spezialitäten probieren. Der Nishiki-Markt, auch bekannt als Kyoto's Küche, ist ein lebendiger Markt im Herzen der Stadt. Er erstreckt sich über mehrere Straßen. Wir schlendern durch die engen Gassen des Marktes und entdecken eine Fülle von lokalen Spezialitäten, die für uns manchmal etwas seltsam wirken. Kleine gegrillte Oktopusse, ganze Hühner und verschiedene Fischspezialitäten können hier probiert werden. Die lebendige Atmosphäre des Nishiki-Marktes zieht uns in seinen Bann und gibt uns die Gelegenheit, das Geschäfte getreiben und die pulsierende Energie von Kyoto zu erleben. Nachdem wir uns auf dem Markt ein wenig zurechtgefunden haben, möchten auch hier etwas Lokales probieren und entscheiden uns zuerst für ein ganz besonderes Bier. In Japan gibt es natürlich alles mit Matcha und deshalb müssen wir jetzt auch ein Matcha-Bier probieren. Nach unserem Bier laufen wir noch weiter durch die Gassen des Marktes, immer auf der Suche nach weiteren Probiermöglichkeiten. Wir probieren Matcha-Eis, Tee aus Sojabohnen und dann Bällchen, die besonders beliebt zu sein scheinen. Also müssen sie ja gut sein, oder? Da ist Ingwer drin. Und, was hältst du von diesen seltsamen Bällen? Er schmeckt süß, salzig, deftig, fischig nach Ingwer. Schwabbelig? Schwabbelig. Ich glaube, ich würde es mir nicht mehr kaufen. Von unserem Hotel aus gesehen ist der Nikishi-Markt bereits auf halber Strecke zur Altstadt Higashiyama, weshalb wir dort noch hinlaufen. Ein Spaziergang durch die historischen Viertel von Kyoto bei Nacht ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Die traditionellen Holzhäuser und engen Gassen werden vom warmen Licht erleuchtet, das Schatten wirft und jede Ecke mit einem Hauch von Geheimnis umgibt. Wir beschließen, noch ein paar Nachtaufnahmen vom Hokanji-Tempel zu machen. Eines von vielen Wahrzeichen Kiotos. Der Weg zu Fuß zurück zum Hotel dauert etwa eine halbe Stunde. Kyoto bei Nacht ist eine faszinierende Welt voller Mystik und Schönheit. Während tagsüber die Tempel und Gärten die Hauptattraktionen sind, entfaltet die Stadt nach Einbruch der Dunkelheit eine ganz eigene Magie. Die Straßen und Gassen werden von einem sanften Glühen der Laternen erhält, das eine sanfte Atmosphäre schafft. Dabei braucht es nicht die Hauptattraktionen, sondern überall sieht es besonders aus. Sogar einem Straßenmusiker begegnen wir, der weiteren Glanz in die Stimmung bringt. Ihm zuzuhören ist der perfekte Abschluss eines wunderschönen Tages in Kyoto. Warum? Es ist ein schönes Tag im Land. Und der nächste Tag ist es ein sehr guter Tag. Deshalb haben wir uns für heute noch mal einen Tempel ausgesucht, der auch bei Regen echt schön wirkt. Dafür mussten wir jetzt eine Weile mit dem Zug fahren und warten hier jetzt auf den Bus, das soll so in zehn Minuten kommen, und fahren dann noch mal ein paar Minuten. Eine Anreise von über anderthalb Stunden von unserem Hotel, aber ich finde es sicher, es wird sich belohnt haben. Der Otagi Nenbutsuji ist ein einzigartiger buddhistischer Tempel, der außerhalb des Zentrums im westlichen Teil von Kyoto liegt. Er ist bekannt für seine ungewöhnlichen und charmanten Steinfiguren, die als Nenbutsu bekannt sind und eine Vielzahl von Gesichtsausdrücken und Emotionen zeigen. Der Tempel wurde im 8. Jahrhundert gegründet, aber die meisten der Steinfiguren wurden erst in den 1980er Jahren von Besuchern und Gläubigen gespendet, die herkamen, um die Kunst der Steinhauerei zu lernen. Jede Figur hat ihre eigene einzigartige Persönlichkeit und Ausdruck. Der Otagi Nenbutsuji Tempel ist nicht nur ein kulturelles Juwel, sondern auch ein Ort der Inspiration und des Staunens. Die liebevoll gestalteten Steinfiguren erzählen eine Geschichte von Hingabe und Glauben und bieten den Besuchern einen einzigartigen Einblick in die reiche religiöse Tradition Japans. Hingabe und Glauben Glauben Wir sind überrascht, dass kaum ein anderer Besucher hier ist, denn wir finden den Tempel sehr beeindruckend und besonders. Vor allem durch die regnerische Stimmung wird der Tempel nochmal ganz besonders mystisch und zieht uns vollkommen in seinen Bann. Glauben 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 Oh, ist das heiß. Mega. Kann man trinken. Der Daikukuchi wurde ursprünglich im 9. Jahrhundert als Palast erbaut und später in einen buddhistischen Tempel umgewandelt. Seine Lage am Ufer des Osawa-Teiches verleiht ihm eine ruhige Atmosphäre. Eine der faszinierendsten Aspekte des Daikukuchi ist sein Bezug zur japanischen Kaiserfamilie. Im Laufe des Jahrhunderts wurde der Tempel oft von Mitgliedern der kaiserlichen Familie besucht und unterstützt und auch heute wird der Tempel noch von Mitgliedern der kaiserlichen Familie frequentiert, insbesondere während wichtiger Zeremonien und Feierlichkeiten. Der Daikukuchi ist berühmt für seinen malerischen Garten, der als Osawa-Teich-Garten bekannt ist. Hier erleben wir die ersten blühenden Kirschblüten auf unserer Japanreise. Außerdem gibt es hier einen Bambuswald, in welchem im Gegensatz zu dem bekannten Arashiyama kaum Besucher sind und wir ihn komplett in Ruhe genießen können. Zum Abschluss des Tages fahren wir nochmal in Kyotos Altstadt und wärmen uns mit einer leckeren Portion Ramen auf. Danach schlendern wir noch ein wenig durch die Gassen und nehmen zufrieden Abschied von Kyoto. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Unsere Zeit in Kyoto ist jetzt vorbei. Wir hatten drei Nächte hier mit zweieinhalb wunderschönen Tagen. Jetzt geht es weiter. Wir haben circa fünf Stunden Zugfahrt vor uns. Es geht in eine etwas abgelegenere Region zu einem wunderschönen roten Tempel mit Wasserfall, den Natschi-Wasserfällen. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.